Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen auf YouTube bei eurem MH26915 in der weiteren Folge Minecraft Singleplayer. Diesmal stehen wir ganz kurz davor, dass die Gäste bald kommen und wir brauchen die Workbench hier nicht mehr. Die nehmen wir mit. Wir geben uns heute nochmal an den Bunker kurz, gehen nochmal kurz in die Hölle und müssen dann brauchen Werkzeug. Haben wir hier irgendwie noch Werkzeug? Ne, wir haben kein Werkzeug mehr. So, das, 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 das. Alles rausnehmen da. So, eins, zwei. Dann haben wir noch die hier. Perfekt. Oh ne, wir haben noch ein ganzes Deck. Uh. So. Die können wir wieder zurück tun. Bei Koppelstohne. Das, das, das. So, sehr schön. Wir brauchen Werkzeug. Und wir haben hier noch mehr Koppelstohne. Den haben wir noch, den haben wir noch. Ja, Eisen brauchen wir. Stickies. So. So. Perfekt. Da rein. Da rein. So. 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 ich hab's ja momentan noch auf richtig gestellt weil ich eine hölle bin also ich noch mal die hölle muss so hier war das gerne ja ich hab's ja momentan noch mal die hölle bin ich hab's ja momentan noch mal die So, ich muss nochmal in die Hölle und muss nochmal einiges farmen. Hier ist auch das Zauberbuch, gell? Wir können ja irgendwas verzaubern. Ach, da braucht man mittlerweile irgendwas dazu, um das zu verzaubern. Das ist doch scheiße. Das ist scheiße. So, Landschaft wird geladen. Wird erstmal ein paar FPS-Einbrüche geben, weil... Oh, 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 oh. Ach du Kacke. Erstmal alle Chunks laden, gell? Alle Chunks geladen, ja? Fertig? Dankeschön. So, da hinten ist noch Neter-Sand. Und... ... Vielen Dank. So. Soulcent sieht auch so aus. Wie viel habe ich denn jetzt? Gleich zwei Stacks. Ach komm, ich trage noch die Schicht ab. Was mehr ist, habe ich Pech gehabt. Ich trage noch die Schicht ab. Ich trage noch die Schicht ab. Ich trage noch die Schicht ab. Wir farben es ab, weil es einfach EP gibt und daraus Marmor machen können. Ich trage noch die Schicht ab. So, das... Ich trage noch die Schicht ab. Ey, das kann doch nicht sein, dass ich hier so viel Seelensand brauche. Ach, wie groß ist denn dieser Raum, Arminer? Ich trage noch die Schicht ab. Ich trage noch die Schicht ab. Mir fehlen genau zwei Ischrast aus. Ah, Mann. So, jetzt nochmal in die Hölle. Ja, jetzt muss er wieder alle Jungs laden, weil er die wieder... Ja, jetzt muss er wieder alle Jungs laden, weil er die wieder... Lass mal in die Luft gucken, vielleicht wird es besser. Wird es besser? Oh, es wird besser. So, zwei. So. Super. So, dann wird es schonmal erledigt. Ähm, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wir sollten noch ein paar Werkzeuge für die netten Kollegen vorbereiten. Es werden zwei Gäste kommen. Also müssen wir auch ein bisschen was dafür die machen. So. Ein bisschen Eisen. Zwei Äxte, zwei Schaufeln und zwei Spitzhacken. Und wir brauchen ein bisschen Erz Hölle, da können wir noch Hölle, 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 Hölle Können wir das noch dazu tun? So. 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 Cobblestone, das in die Erzkiste, das hier hin. Jetzt wollen wir das verteilen im Hotel. Wie kommt das Schaf da rein? Das ist bestimmt oben reingefallen. So, da müssen wir uns auch nochmal was einfallen lassen. Da unten wohnt ja ich, die anderen zwei Kollegen wohnen hier. So. 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 wir noch und ist so die kollegen brauchen ja noch was zu essen da müssen wir denen auch noch was zu essen machen fällt mir gerade mal ein so was machen wir denn am besten zu essen was haben wir denn weizen haben wir genug weizen drei steaks das mal drei dann die kosten nicht so viel rohstoffe ihr schweine ein spaß muss er gern so sondern nur zweimal 64 brot kommen hier rein das fleisch kommt hier rein und wir wollen ja noch mal zwei steine packen wir haben noch steine sehr schön wir wollen wir wollen wir wollen wir wollen so so jetzt wollen wir uns nochmal unsere schienen Zeug nehmen, das und das und wollen, ach du scheiße, und wollen, aber wir machen uns noch einen Knopf, macht das einen Unterschied, wenn ich einen Cobblestone, einen Cobblestone Knopf gibt es gar nicht, ok, gut, ok, gut, so, so, Vielen Dank. Vielen Dank. So, schon eine kleine Strecke gebaut. So, schon eine kleine Strecke gebaut. So, schon eine kleine Strecke. 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 alter ein paar dinger reingemacht von hier aus sehen wir sogar unsere baumfarben das ist schön ach du scheiße mein wecker ist gerade angegangen jetzt mal ganz im ernst kann ich das nicht einfach abbauen und dann hier eine treppe davor machen ist getan äh fuß am bau herr herr Ja. Ja. Ein Block habe ich noch. Optionen. Ein Block habe ich noch. Was mir auch noch einfällt, dass ich den Kollegen einen Minecraft bauen muss. So, Erde, Koppelstuhne, Wolle, Essen. So, jetzt baue ich den noch in Minecraft. So, und ich brauche noch Eimer. Oder haben wir irgendwo Eimer? Wir haben hier einen, aber ich brauche trotzdem noch einen. Einen Eimer brauche ich noch. Wie mache ich denn noch mal einen Eimer? War der nicht so? Oder war der nur so? Das ist ein Eisenblock, gell? Nee, Falltür. Wie mache ich denn noch mal einen Eimer? Kessel? Kart? Gitter? Eimer? Wie mache ich einen Eimer? Ach du Scheiße, ist das gerade peinlich. Das ist jetzt nicht mein Ernst. Doch, es ist mein Ernst. Der Pistisch. Der Pistisch. Wie baue ich einen Eimer? So. Das und das noch rein. Und das und das noch rein. Okay. Nee, nee, das soll nicht aufstehen hier. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ach du Scheiße. So. Ja. 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 Okay. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder, macht's gut bis dahin, ciao Leute, euer MH26195 und ich danke euch wieder vielmals fürs Einschalten.